Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist ein Spiel, das habe ich euch schon mal in der Alpha-Version, glaube ich, war das, gezeigt. Ich habe das ganz ewig lang verfolgt, habe den Release ein bisschen verpennt, weil ich dann auch wenig Zeit hatte, überhaupt groß, irgendwas zu spielen. Ja, ich habe da damals den Newsletter abonniert, nachdem ich da mal ein paar Bilder dazu gesehen habe und dann hat es ewig gedauert, bis man mal ein bisschen was dazu spielen konnte. Jetzt ist es aber endlich da und ich werde mir das jetzt mit euch angucken und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran und euch vielleicht ja auch schon drauf gefreut, so wie ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Unterschied ist, ob der Start schon mal genauso ist. Ich glaube, man hat mal in seinem Bettchen, das ist umgefallen. So, WHSD und Maus zum Bewegen, Steuerung zum Hinn, Hockkrabbeln, Aufstehen, Leertaste zum Klettern und Maus zum Interagieren. Na gut, kriegen wir hin. Kindern, keine Drohung geben. Hab ich eine Flasche auf dem Kopf oder so? Oh, das ist sie auf den Kopf, so, ihr habt ja wieder zu schaden? Oh! Oh! Es associate Ihnen das noch ein wenig. Jetzt wird es nur eine Minute. Eine Mutter muss man sich sicherer, dass das Kacke perfekt ist. Let's see. There and there. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. I'm best in someone else. Oh! Pink! Oops. Here it comes. Here it comes. Through the tunnel. Choo-choo. I'll be... right back. What are you doing? You hit me. No! 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 Spooky! Where are you? Look what I found! I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my! How much cake did you have? One Löffel full? Two Löffel full? Do you have one? It looks a bit crazy. What kind of colors look like? Why do I look so dizzy? How do I look too dizzy? Let's see. I'm not sure if I look dizzy. Hier an der Hausaufteilung hat sich schon mal nichts geändert, weil da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie man hier durchgegangen ist. Als kleines Kindi. Oh, Kartons. Okay, sweetie. Be a deer and play for a bit. Mommy will be right back. Ganz schön lautes Geschenk. Toll. Nicht mal in seinem eigenen Kinderzimmer darf man sich frei bewegen. Kriechen geht schneller als laufen. Hey, you found me. Hey, you found me. Hey, you found me. Hey, it's Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. There's a pink elephant. Come here. Turn around and cover your eyes. No? There. You can look now. Come here, Teddy. Oh, Stryke! Da gab's noch einen Erfolg für. Cool. Bauklötze. Haben wir hier ganz viele Bücher. Maus. Teddy. Einhorn. Ente. Ich muss das heute vielleicht nicht so auffällig tun. Ich muss das heute vielleicht nicht so auffällig tun. Chuchu! Chuchu! Oh! Ein Panda! Bop! Oh, ja, pinker Elephant. Hehehe, you found it! Wow! Wow! Is that a music box? Does it work? That's a nice melody. Na, sieht Teddy ja sehr süß aus, so. Eigentlich. Und jetzt? Das ist auf jeden Fall sehr süß, weil in der Alpha-Version startet es direkt damit, dass alles nachts dunkel böse und dann alle verschwinden. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Teddy. Oh! Does it run? How do you start it? Round and round and round. Hehehe. Es wäre schon ein bisschen süß. Okay. Okay. We need some place very dark. How about your closet? Hm. Teddy auf dem Rücken. Sieht man sogar im Schatten. Hm. Erstmal mal. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die Türen sonst aufkriegen. Ach so. Hm, so. Es muss sich weitergült werden. Es muss es so schmerzen. Öffne die Türen komplett. Gut. Das wird schön. Ich hoffe, dass keine Monster hier sind. Ja, aber wenn man die Steuerung mal sehen würde. Ähm... Riechen könnte ein Teddy im Arm mit F. Das ist ein Megaschrank. Ich glaube, etwas kommt. Das ist ein Megaschrank. Das ist ein Megaschrank. Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Hehehehe. You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Hehehehe. 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 We shouldn't keep them. Goodnight, hon, sweet dreams... Sehr süß. Oh no, Teddy! Was kann ich? Ich weiß nicht, wie hier die Save-Points sind. Ich darf gar nicht zu viel aufnehmen. Mama! 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 Man! Ich kann mir vorstellen, dass YouTube das schon wieder zu dunkel macht. Ähm, Gamma. Es ist eigentlich... Oh. Wollen wir mal, wie viel. Ja, ich probiere es jetzt damit. Es ist bei mir jetzt ein bisschen milchig, aber YouTube dunkelt immer nach. Beim Rennen sieht es noch toll aus und dann wird es so blöde nachgedunkelt. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, Mann. Oh. 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 Ich meine Nappmann. Sooo Momisima Hmm... Kann ich mich sogar noch ein bisschen dran erinnern? Das ist so ein akrobatisches zweijähriges Kind. Hallo, Mami! Richtig! Oh, T-Nine! So richtig auf ihren Safe-Pointer sieht man gar nicht. Wow, Loading! Sehr, sehr schön! Speichern! Sehr gut! Hallo Teddy! Freund oder Feind? Genau, was ist dieser Platz-Ort? Ja, ich habe nicht so viel geredet, es ist auch relativ spät und ich muss sagen, von der Atmosphäre, wenn man da selber durchläuft und obwohl ich es schon mal gesehen habe, da ich es sehr laut auf den Öhrchen hatte mit Kopfhörern, war ich doch ein bisschen angespannt. Ich hoffe, die Einstellungen so passen jetzt. Ansonsten wäre ich das bei der zweiten Folge dann ein bisschen nachfummeln und ich werde mich dann noch bemühen, dass ich mehr rede. Aber so konntet ihr es auch vielleicht ein bisschen besser auf euch wirken lassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ihr schaut doch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann!